Man küsst sich und dann passiert es. Und dann sagt man, Moment, ich hole noch schnell das Handtuch. Wenn man weiß, dass es darauf hinausläuft. Vielleicht hat man das ja schon, wenn man eh so veranlagt ist, neben dem Bett liegen oder in so einer Bettschublade. Das ist aber super abtörend, finde ich. Ich finde, sich überhaupt so etwas unterzulegen ist ein bisschen abtörend. Dann lieber ein schönes Frotteelaken. Vielen Dank.